Ist das ein Gargoyle oder ist hier kein Wächter? Nein, ne Wächterin. Ich weiß nicht, ob wir von der weglaufen können. Nivo, den würde ich ja opfern. Nein, wir sind auch ein Stein. Ja, zumindest seht ihr so mal, was dann passiert. Und auch alle Gargoyle sind. Gut, wir werden also neu laden. Bis gleich. So, ja, wir sind wieder an dieser Ecke. Sehen natürlich hier hinten nichts mehr. Sie wird auch, was man da auch gut sehen konnte, das erste Ziel dieser Wächterin sind der Avatar. Aber eigentlich immer. Immer in Stein verwandelt. Runenpanzer. Runenpanzer. Hm, der sieht nicht schlecht aus. Okay, und da ist die Wächterin. Da bleibt sie soweit, glaube ich, aber auch stehen. Und jetzt haben wir jetzt Nacht. War es vorher auch Nacht? Na, wer weiß. Wäre natürlich auch schön gewesen, wenn das hier ein perfekter Runen wird. Oh, und da hinten haben wir noch eine Kiste. Was wünscht die Rune? Unverzüglich. Okay, danach geht sie hier hin. Wird sofort ausgeführt. Wir nehmen mal kurz unseren Schützen. Hm, den niederen Dämonen nehmen wir nicht. Aber wir dürfen hier mal die Ecke nachschauen. Alles klar. Verstanden. Was hier denn so zu sehen ist. Zu Befehl. Wird sofort ausgeführt. Unverzüglich. Okay, und dann läuft es da auch noch tatsächlich weg. Was wünscht die Rune? Zu Befehl. So. Ja. Und los. Folgt mir. Vorwärts. Wir können jetzt erstmal hier die Ecke langlaufen, wenn sie hier noch nicht widersteht. Sofort. Schnell. Ah, der eine Dämonen hat uns gesehen. So, Drachling. Zwei Stück. Das soll mir recht sein. Auf meinen Befehl. Halte durch, Männer. Hier. Mir nach. Und los. Mir nach. Okay, und die Gegner haben uns auch bemerkt. Oh, viele, viele Feuerlänger. Jetzt weiß ich, warum da hinten... Schlagt sie zurück. Schlagt sie zurück. Hier. Vorsicht, Gegner. Lief die Reihen. Zur Ehre, Aonir. Haltet euch. Auf du, Herr. Du solltest am Leben bleiben. Besser wär's. Auf mein Zeichen. Versteig dich in Höhe. Steh überall. Zur Ehre, Aonir. Auf meinen Befehl. Zu mir. Überall. Naja, solange mir mein Avatar nicht drauf geht. Vorwärts. Hier. Steh bereit. Gefallenen Helden machen. Es gibt vielleicht einen Wiederbelebungszauber. Stimmt. Das könnte sein. Hier. Schlagt sie zurück. Steh bereit. Für das Licht. Die Ruhne ruft. Schlagt sie zurück. Die Ruhne ruft. Auf dem Weg. Auf dem Weg. So, hier sollen wir dann vorbeikommen. Auch hier in der Mitte haben wir dann wieder ein Problem. Wird sofort ausgeführt. Wir merken also, es ist gar nicht so einfach. Verstanden. In die Mitte der Karte vorzudringen. Was wünschst du ohne? Auf mein Zeichen. Stehe bereit. Ja. Folgt mir. Sofort. Vor allem mit dieser Sichtweite, die wir gerade haben. Alles klar. Wird sofort ausgeführt. So, was hier oben noch? Niederer Dämon. Und hier ist ein Tor. So, hat Blutsteine da eigentlich nichts fallen lassen oder so? Auf mein Zeichen. In die Schacht. Schließ die Reihen. Die Ruhne wird sofort ausgeführt. Unverzüglich. Für die Ruhne. Was wünscht die Ruhne? Zur Ehre Aonius. Das ist ein Hinterhalt. Und los. Sieht zumindest noch nicht danach aus. Mir nach. Okay, und da ist die Wicht drin. Da steht sie. Man könnte also, wenn sie hier ist, gerade so dran vorbeihuschen. Und los. Sofort. Und los. Folgt mir. Ich würde das wohl machen müssen. Sofort. Ohne für Ork-Arbeiter 10. Sofort. Eine sollten wir doch schon bekommen haben, oder? Ne. Noch gar keine. Setzen wir die schon mal ein, damit wir auch was mit denen. Folgt mir. Mit den Bauplänen anfangen können. Was bringen uns die Baupläne an, wenn wir gar keine Arbeiter ausbilden können. Schön abzuchen alles. Sofort. Sofort. Aha, die Wächterin geht hier auch hoch. Gut, ja dann. Kurz stehen bleiben. Sofort. So, danach geht's runter. Sofort. Hier stehen. Wenn sie da ist, können wir hier hinlaufen. Ne, da müssen wir durchlaufen. Folgt mir. Für die Freiheit. Sie sind überall. Linien müssen halten. In die Schlacht. Haltet durch, Männer. Weidlicher Angriff. Auf mein Schleichen. Sofort. Folgt mir. Mir nach. Folgt mir. So, mal sehen, was uns denn zum Tor gesagt wird. Okay, es ist einfach zu. Du kannst nicht anklicken. Und los. Mir nach. Und los. Sofort. Da wartet jetzt nur noch die Wächterin. Mir nach. An der wir uns gleich mal vorbei mogeln müssen. Ich glaube, hinter diesem Tor befindet sich das... ... das Portal zu... ... ähm... ... hier, dem Spalt. So, kleiner Cut dazwischen. Aber dafür gehen wir wieder gestärkt und... ... nach Kaffeekippchen. Und mit frischem Tee wieder auf die Lauer. Müssen wir erst mal abwarten, dass die Uschi abhaut. Hm, die hat aber viel Sitzfleisch gerade. So, sie geht. Wir scheinen direkt in unsere Richtung. Sind aber doch wohl weit genug weg. Auf meinen Befehl. Sofort. Und los. Okay, da bleibt sie stehen. Nein. Folgt mir. Oh. Folgt mir. Man weiß halt nicht, was für eine Sichtweite die haben. Es wäre schön... ... auch wenn unrealistisch, wäre es schön, hier so... ... Supreme Commander Features zu haben mit denen... ... ne, Angriffsreichweite, Sichtweite... ... hatten natürlich auch andere Spiele. Ich meine Sword of the Stars. Zumindest der erste Teil. Ganz sicher. Und los. Mir nach. Vorwärts. Schnell. Und los. Ja, los Leute. Vorwärts. Ihr habt nicht zu viel Zeit. Folgt mir. Vorwärts. Folgt mir. Sofort. Und los. Nein. Schließt mir. Fuck. Haltet durch, Männer. Feindlicher Angriff. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder geladen habe. Okay. Ja. Schnell. So, sie ist jetzt hier runtergegangen. Und los. Sie müsste hoffentlich noch mal weiter runtergehen. Vorwärts. Weil sie sich jetzt gleich wieder hier oben aufmachen. Und los. Und dann müssen wir weiter an der Seite vorbei. Und tatsächlich hat er sie nicht als. Schnell. Nein. Sofort. Okay. Hm. Bis gleich. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Müssen wir wohl von der anderen Seite lang gehen. Sofort. Schnell. Sofort. Und uns dann hier reintrauen. Wenn sie hier oben an der Ecke steht. Schnell. Sofort. Und los. So weit genug wegbleiben. Wir sehen leider nichts mehr auf der Map. Wo sind wir? Da. Vielleicht diesen kleinen Fels. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt reinpacke. Vorwärts. Mit dem zweimal. Neuladen. Drittesmal war es sogar. Man könnte ja auch glauben, dass von hier der Platz reichen würde. Und los. So. Jetzt sollten wir uns schon mal hier. Hinstellen können. Geflissentlich. Und los. Das wäre schön, wenn wir mal einstellen könnten, dass unsere Leute etwas näher beieinander bleiben. Ja. Ja. Aber es ist, glaube ich, klar, warum man hier sehr häufig speichern sollte. Kommt halt nicht von ungefähr. Folgt mir. So. Deswegen machen wir das jetzt auch wieder. Schnell. Und trauen uns hier mal durch. Mir nach. Und los. Los geht's. Im Laufschritt. Ja, hier haben wir mehr Platz. Schnell. Sofort. Mir nach. Und los. Hier sind auch noch mal Gargoyles. Nicht vertrauens erweckend. Folgt mir. Also, gleich den nächsten Safe. Schnell. Erstmal hier um die Ecken schauen. Da hinten ist einer. Verstärkt die Deckung. Schnell. Deswegen gehe ich erstmal hier oben hoch. Sofort. Für die Freiheit. Runenkrieger. Zu mir. Folgt mir. Denn ich weiß nicht, wie weit die Wächterin hier... ...wo genauso lang läuft. Schnell. Und wir sollten hier runterschauen können. Und los. Oder auch nicht. Folgt mir. Vorwärts. Hier haben wir die ganzen Diener. Sofort. An diesem mittleren Punkt müssen wir auch, glaube ich, sicherlich mal vorbei. Zack. Auf ihn. Runenkrieger. Zu mir. Zurück. Hier. Verstärkt die Deckung. Für die Freiheit. Hier. Mir nach. Wir lassen tatsächlich immer das Gleiche liegen. Sofort. Mir nach. Und los. Schnell. Schnell. Mir sind immer noch so viele. Sofort. Schnell. Sofort. Rote Punkte auf der Karte. Kommt sie hier wieder. Da an der Ecke. Ganz sicherlich. Jetzt ist es kurz bevor wir hier hinten mal ankommen. Kurzen Blick nach Truhen Ausschau halten. Mhm. Hier oben ist auch noch wieder ein Tor. Vielleicht geht es auch da zum Spalt. Da ist eine Truhe. Da auch nochmal. Da ein Seelenstein. Monument. Gut. Da geht es natürlich als erstes hin dann. Mir nach. Während wir dich. Okay. Du bleibst da anscheinend stehen. Du gehst nicht weiter. Das Tier könnten wir durchgehen. Und los. Diesen wahllosen Mut nehmen wir mal mit. Mir nach. So. Und hier oben gibt es auch noch ein Heldenportal. Heldenmonument. Und ein Seelenfels. Und ein Seelenfels ist sehr wichtig. Da nehme ich vor allem auch der Wächter. Ja. Bei dem werden wir wahrscheinlich noch öfters vorbeischauen. So. Tja. Baselisten. Hier könnten wir also tatsächlich auch hier unten noch rein. und mal schauen. So ein bisschen Vorwagen. Da waren dann aber auch bald schon wieder einige Wächterinnen. Was hier die Mitte angeht. Hier etwa. Es wäre natürlich schön, die Karte so weit leer zu haben, dass alles, was rot ist, automatisch eine Wächterin ist. Aber jetzt erst mal. Hallo, du komischer Skelettkopf. Lange ist es her, dass ein Mensch auf diesen Pfaden gewandelt ist. Wer seid ihr? Einst diente ich dem Zirrten. Nun wache ich über die mächtigen Schätze Mulandiers. So lange, bis die Welt wieder bereit für sie ist. Okay. Und was sind das dann bitte schön neben dir? Na, die wandeln vielleicht nicht. Wenn sie fix stehen bleiben, wie Bäume, dann wandeln tatsächlich seit langer Zeit keine Menschen mehr hier. Aber... Ich suche den Phönixstein. Ein Schmuckstück von gewaltiger Macht, das ihr da begehrt. Seine Macht ist die letzte Hoffnung für uns. Einer der Zirkelmagier ist zurückgekehrt. Nur der Phönix kann ihn noch aufhalten. Dann wisset, dass ihr die Wahrhaftigkeit eurer Worte beweisen müsst. Solche Macht wird nicht leichtfertig vergeben. Seid ihr bereit, die Prüfung zu empfangen? Äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die Prüfung aussieht. Wir sind mal mutig. Stellt mir eure Prüfung. Einst lagerte in den Archiven des Zirkels ein wundervolles Kunstwerk aus Glas, das jeden, der es betrachtete, unweigerlich in seinen Bann schlug. Während des Krieges wurde es zerschlagen. Die vier Bruchstücke wurden gestohlen. Seit jenem Tag, haben diese Splitter Leid über diese Lande gebracht. Denn sie schüren die Gier der Menschen. Viele mussten schon ihren wegen sterben. Mächtige Magier suchten nach ihnen und stürzten alles ins Chaos. Findet die vier Splitter unter langs empres broadly.